Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Miami Yassin, Welcome to Miami. Das letzte Album von Miami Yassin, Kasia, erschien im Oktober 2017. 2018 folgte dann noch die Designer-EP. Jetzt ist es endlich an der Zeit für sein zweites Solo-Album. Auch wenn so gut wie alle neuen Releases immer an einem Freitag erscheinen, hat man sich in diesem Fall schon für den Mittwoch entschieden. Welcome to Miami beinhaltet 13 Tracks und kommt unter anderem mit Features von AZ, Capital Bra und Nash. Das Release kommt über KMN Gang und erscheint als Bundle. Schwester Evra, Alia. Das letzte Album, Ivar, erschien im Juni 2018. Der Albumtitel, Alia, ist ihrer gleichnamigen Tochter gewidmet. Das Album-Release verbringt die Rapperin hinter Gittern, da sie am 12. Januar ihre zweieinhalbjährige Haftstrafe antrat. Alia kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Elgier, Millionär und Sami. Das Album kommt über Alles oder Nix Records und erscheint als CD und auch als Box. Tarek, K-I-Z, Golem. Auch wenn Tarek schon eine gefühlte Ewigkeit in der Deutschrap-Szene aktiv ist, gibt es bis heute kein Soloalbum des Berliners. Nach zahlreichen Releases als Teil von KIZ kommt nun endlich sein Debüt. Golem beinhaltet 12 Tracks, Features kommen von Maxim, Nico und Miss Platinum. Das Release kommt über Eklat-Tonträger und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. King Khalil, King Kong. Das letzte Album des Berliners, BTK, erschien im Februar 2019. Fast genau ein Jahr später ist es an der Zeit für das dritte Soloalbum. King Kong kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Azad, Flair und Kollegah. Das Album kommt über Team Kuku und erscheint als Box. Noah Ryuk. Der Titel des Albums ist angelehnt an den Gleichnamen-Charakter aus der Manga-Serie Death Note. Nachdem Noah bereits mehrere EPs veröffentlicht hat, kommt nun sein Debüt-Album. Ryuk beinhaltet 13 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über SQP und erscheint digital. Entertainment zwischen Präteritum und Futur. Das letzte Album, der Ente, erschien im März 2019. Im Juli erschien dann noch die Mantle-EP, worauf nun mit Zwischenpräteritum und Futur die nächste EP folgt. Genaue Infos zur Tracklist wurden noch keine bekannt gegeben. Die EP kommt über Trillfingers und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.